Seid gegrüßt, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe so ein Video schon einmal gemacht. Und zwar mein Ausflug nach Swinemünde 2018. Aber das wird jetzt der zweite Teil von meinem Ausflug nach Swinemünde 2019. Viel Spaß! Ich werde euch jetzt das Anreisevideo zeigen, also wo ich nahe dahin gefahren bin und danach folgen Bilder und noch ein Video. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ausstieg in Fahrtrichtung des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020